Yo Leute, willkommen zurück zu Jace und... Moment, bevor ich jetzt was falsch mache. Ich hab im Internet nachgeguckt, äh, der Weg sollte ab hier ziemlich geradlinig laufen, bis ich in die nächste Stadt komme. Das heißt, nicht irgendwo abzweigen, nicht irgendwo Stress machen. Und, äh, von der Stadt aus werde ich mich dann, denke ich einmal, zurück in die Anfangsstadt teleportieren. Passt. Und von der... werde ich mich dann ausrüsten. Oder in der Stadt werde ich mich dann ausrüsten. Verdammt, voll in den Angriff reingelaufen. Sehr schön. Okay. Okay. Rein hier. Und weiter. Und dann sollte ich meine Vorräte... ...so weit eigentlich voll haben. Ja, hier ist er. Und... Hallöchen. Hallöchen. I feel that Ruhs aren't actually demons at all. But I mean there are inhuman creatures with human-like intelligence. Isn't that a demon? Hmm. A Ruh. Ah, a Ruh. How unusual. Wait, don't tell me. Man, I'm so bad at remembering names. Krono, was it? Good, good, good day to you. Demon? I spit in the faces of demons. Spit, spit. Yuck. Save me. A Ruh. I suppose the demons made a slave of you too. You've come to check on me, I suppose. As promised, I haven't let Adal across. Tell the man in the black cloak that I'm doing what he said, so you'd better give me my son back. Adal's just going to keep coming back so you know that, right? What do I do if he attacks me next time? Ich hab dich noch nicht getroffen. You can't hold me responsible for that, can you? So, hallöchen. Adal told the bridge guard he knew about his son being kidnapped by the man in black. Wait, so that Ruh was... I see, so you know everything then. It all started two days ago. Okay. T-Tarf! Dead! A red-haired swordman by name of Adal will be coming through here soon. Do not let him cross the bridge. Just do as you are told and your son will be returned unharmed. T-Tarf! I fear you to not grudge, but I will do what I must to ensure T-Tarf's safety. Offer to rescue T-Tarf. Adal promised to rescue the bridge guard's son. You must be joking. You are up against demons here. Then again, you are the one they are trying to stop, so clearly you are a threat to them. I guess maybe you are not joking. Okay, if that's the way you wish it to be, who am I to object? I will leave T-Tarf's rescue in your hands. I wish I could help you, but if they think we are acting against them, then we will help T-Tarf and possibly the village. Here, take these in my place. They should prove quite useful. Receive whisper earrings. They are called whisper earrings. They have been passed down in my family for generations. When you are wearing them, you will be able to hear even the faintest of sounds. My son must be imprisoned somewhere around him. Listen through those and you might be able to hear him. Okay. So, can I... ...irgendwo... ...here Waffen kaufen? Da stand wieder nur Home. Von wem, keine Ahnung, aber Home. Hups! Das war nicht meine Absicht. Kann ich die hier killen? Ah... ... ... ... ... Okay. Um... ... ... Dann, einmal ab nach Lenz. The Village. So. Dann hoffen wir mal. I see or do my eyes deceive me. I bet Leszlo could really use some of that iron for my thing. What do you say? Would you sell it to me? Immer. Thanks. So. Arm on. Plate mail. Okay. Ja. Muss sein. Nein. Don't buy. Nothing. Buy a shield. Äh. Ich kann sowieso das größere danach nicht kaufen. Selbst wenn er jetzt das, ähm, die Schilder erweitert. Weil er wird das erst später wieder erweitern. Wunderbar. 109 Verteidigung. Jetzt werden wir hier draußen einmal ein bisschen rumrennen. Ein paar Gegner kaputt kloppen. die so richtig schwierig sein werden. Zack. 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 Erfahrungspunkte bringen die. Immerhin. So. Inzwischen weiß ich auch, dass Level 50 mindestens, äh, möglich ist. Äh, Level 52 mindestens möglich ist. Ähm. Ich weiß nur noch nicht, wo das Cap liegt. Stimmt. Ähm. So. Wie komm ich da rein? Gar nicht, oder was? Ah. So. Ach nee, das geht dann hoch auf den, auf den Berg. So. Gehen wir mal zurück. Vielleicht reicht er das schon. Um ihm... neuen Stuff zu bescheren. Äh. Okay. Have luck around, surround yourselves. Äh. Okay. Äh. Okay. Gut. Das klingt gut. Okay. Also. Erstmal gar nix. Es bringt mir erstmal alles gar nix. So. Das heißt... Ich gehe erstmal pennen bei ihr. Oh. Adel, have you seen my daughter? I am sadden... Let's just say, she's disappeared. I wonder where she could have gone. I hope she will... Okay. Erstmal take a rest. Uh, why is she away? Why is she away? Why is she away? Back from rest in mind either. We have had a peaceful life here, Sanjay, for so many centuries. Why are all the calamities happening now? Ich habe keine Ahnung. Fahr mit den mal. Old man legs was in the village on the day Lilia vanished. So only Estel was actually out in the ruins at the time. And Estel hasn't seen her, so we really have no leads on where she might have gone. I hope she's safe, wherever she is. Okay, die ist einfach verschwunden. Er hat die auch nicht gesehen. Das heißt, die ist nicht in den Minen. Apparently Lilia came here and now she's missing, but I certainly didn't see her. Perhaps my mind had wondered if only I would been paying close attention. Also kann es doch sein, dass die hier durch ist. Ist das eine Sidequist? Ich bin mir nicht sicher. Komm ab. Okay. Ne, wir können hier mal rein. So, wahrscheinlich nicht, ne? Weil eigentlich müsste ich jetzt, äh, Los und Tav retten. Halt den Sohn von dem, äh, von dem, äh, Brückenmann. So, aber, das würde mich interessieren. Wie gesagt, es kann genauso gut sein, dass das eine Sidequist ist. Moment, hier lang. Ne, natürlich nicht. Zack. 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 Du auch weg. Falsch. Mach mal weg. Hier ist sie nirgends. Okay. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass sie hier in einem der Räume ist. Wenn, dann wird sie entweder da sein, wo ich den Dock gefunden habe. Oder sie wird halt, ähm, in der Bosskammer hocken. Oder kurz dahinter. Aber was anderes kann ich mir einfach nicht vorstellen. Schauen wir erst mal bei der Bosskammer, weil das ist das, was ich für realistischer halte. Ihr weißt, was du da... gehabt hast. Hey, mach mal auf, bitte. Hey, ja, komm mal auf. Komm, ab. Lass stecken, Junge. Ich habe mal eine Kelketa-Flower mitgenommen. Alles, was man mitnehmen kann in einem Spiel, was keine, äh, kein Hey, das wiegt so und so viel System hat, ist eigentlich immer gut. Wo ist die? Ist die echt einfach nur weg? Ich fänds scheiße. Ich fänds cooler, wenn sie jetzt hier irgendwo wäre. Oder wir zumindest einen Hinweis drauf finden würden. Aber scheinbar gebe ich den nicht. Hm. Ich guck jetzt nochmal bei der Stelle, wo der Dock war, aber ich kanns mir nicht vorstellen. Und dann bin ich mit meinem Latein auch schon am Ende. Weg. 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 Äh. War das der Weg? Ich glaube nicht, ne? Ne. Hier war die Feuermagie. Oh, da steht die oben an der Statue. Das kann auch sein. Äh. Moment. Warte mal. Wo ist denn der, der Arzt gewesen? War der hier? Nee. Oder? Nee. Der war woanders. Der war hier, ne? Ja. Okay. Es war mir fast klar, dass sie hier nicht ist. Aber ich musste nachgucken. Für mein eigenes Seelenwohl. Musste ich trotzdem mal nachgucken. So. Also, was ich mir noch vorstellen könnte, äh. Also zwei Sachen. Entweder die ist mir nah und hat sich irgendwo in den Bergen verlaufen. Dann glaube ich aber nicht, dass ich sie da finden kann. Oder sie ist hier. Hier. Nee. Ist ja nicht. Okay. Dann würde ich sagen. Einmal zurück nach Lens Village. Ähm. Oh. Okay. Gut. Äh. Leute, wenn es euch gefallen hat. Like da lassen. Wird mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Jace. Dann wieder im Lava-Dorf. Ist das falsch schon, ne? Ne, ist das richtig. Gut. Gut. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Nein. Nicht lief. Okay. Haut's da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.